ja grüßt euch leute hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal wir haben heute mal wieder neues projekt für euch am start es war ja mal die die anfrage da kannst du nicht mal ein projekt machen beziehungsweise zeigen was mit nachhaltigkeit zu tun hat was den richtigen use case hat und so weiter und so fort und ja wir haben eins gefunden das ist momentan auch absolut im trend also das wird ein projekt sein wo auch wir mit einsteigen werden ja weil es ist auch verhältnismäßig kostengünstig beziehungsweise kann unter anderem auch kostenlos mit teilgenommen werden das heißt man braucht kein mann und keine teure hat bei und so weiter und so fort ja aber wir werden halt eben sehen auch das projekt geht steht momentan noch in den kinderschulen sozusagen und wir werden halt eben mal sehen wie sich das ganze entwickelt ja worum geht es das projekt nennt sich star power die website ist star power punkt wird quasi ein von menschen betriebenes virtuelles kraftwerk hier geht es halt eben darum strom zu messen zum beispiel bei euch zu hause mit euren geräten hier stehen habt diese daten auf dieser plattform zur verfügung zu stellen so dass halt eben zum beispiel auch energieversorger auf stromengpässe oder halt eben auf stromüberfluss reagieren können so ist zumindest die idee ganz grob das ganze steht natürlich auch noch mal exakt im light paper drin den gucken uns auch gleich noch mal genau so ist das ganze halt eben aufgebaut so seht ihr hier die roadmap ist es nicht aber so ist es noch mal aufgezeichnet ihr seht quasi hier das ist quasi die rolle von star power hier werden quasi die stromgeschichten gemessen das kann halt eben zurück an die energieversorger getragen werden die daten also die wissen ganz genau jetzt brauchen mehr strom jetzt brauchen wir weniger strom jetzt können wir strom sparen und so weiter und so fort so ist halt eben grob die idee vom netzwerk ja wie ich es schon gesagt habe alles weitere steht natürlich im light paper also aktuell ist es so momentan hat das projekt 366 klimahelden so bezeichnet schön in elf städten ich hatte eben schon mal gesagt es ist halt eben noch in startlöchern das projekt aber eines der guten beziehungsweise upcoming projekte für 2024 also ich denke mal das kann schon was werden ja 762 kilowatt energie kapazität und 2,8 ton co2 worten schon reduziert es geht halt eben hier auch darum um letztendlich strom einzusparen ja und das ist halt eben dass der news case von diesem ganzen projekt beziehungsweise thema nachhaltigkeit steckt hier extrem drin genau star power network gestaltet eine energierevolution für die nachhaltige zukunft ich hatte es ja vorhin schon gesagt und zwar sieht das so aus dass ihr eine belohnung auch dafür bekommt ihr wisst jedes projekt was bei uns läuft beziehungsweise was wir euch vorstellen hat irgendwo irgendwo ein output mit einer körper währung in dem fall ist es hier das da token um es wirklich noch mal relativ einfach auszudrücken ist es so ihr stellt eure information zur verfügung über euren strom verbrauch zum beispiel und ihr werdet halt eben dann in dem sinne mit star trocken belohnt dafür dass halt eben diese plattform unter anderem halt eben die daten auch an die energie versorger verkaufen kann ja um zum beispiel sagen können okay wir haben jetzt weniger energieverbrauch das heißt es kann halt eben irgendwas runtergefahren werden beim energieverbraucher so zumindest die theorie beziehungsweise so ist halt eben die idee ganz ganz grob ausgedrückt von diesem projekt das hat natürlich noch viele andere geschichten und so weiter ja es gibt unterschiedliche geschichten letztendlich damit zu machen also der klassiker ist zum beispiel es gibt demnächst so ein kleines gerät und star power plug-in in die steckdose rein da die geräte dran das gerät bist du zu sagen was verbraucht euer gerät an strom was angeschlossen ist leitet diese daten an die star power netzwerk weiter und ihr bekommt halt eben dafür die belohnung ich hatte sie eben schon gesagt das ist quasi das dort hocken darum geht es letztendlich auch ja also dass ihr durch die verfügungstellung von euren energietaten start hocken vergütet werden das ganze funktioniert aber auch mit der app das heißt es gibt eine star power app und hier können unterschiedliche geräte schon mit integriert werden das heißt es gibt einige geräte die jetzt quasi ein eigenes system haben wo ihr euch mit der app verbinden könnt also ich sage mir ähnlich wie bei die moment smart car funktioniert das auch mit star power mit geräten wir haben sogar mal ein paar geräte aufgeführt hier also bevor wir zu den geräten kommen noch mal kurz die unterstützer ihr seht hier es sind einige dabei die wir auch kennen also bei den star power unterstützung zum beispiel wir haben hier zum beispiel unsere klassiker hier jung alibaba kennt auch viele von euch amazon tp link ist klar tuja machen viel im smart home bereich iotex klar momentan auch in aller rede alle anderen logisch auch mit dabei aber das sind halt eben auch die die wir zum größten teil kennen und hier seht ihr noch mal zum beispiel eine liste von geräten die sich zum beispiel in dieses ökosystem integrieren lassen per app zum beispiel das heißt zum beispiel das sind jetzt warmwasser aufbereiter also boiler auf gut deutsch gesagt die ein eigenes eigene gui haben beziehungsweise steuerbar sind und diesen marken können zum beispiel mit integriert werden bei lg zum beispiel da fällt mir jetzt mal so spontan die wärmepumpen bereich ein carrier ist mehr so in den usa vertreten in der richtung klimaanlagen geht auch darum klimaanlagen mit ins netzwerk zu bringen ja und von daher gibt es halt eben einige mitsubishi kenne ich auch electric aus dem klimaanlagen bereich bei einer sagen nicht genauso also geht halt eben auch in die richtung warmwasser beziehungsweise klimaanlagen und das ganze ist natürlich auch kompatibel mit allen gängigen voice ai system das bedeutet alexa google home assist tuya hat mir eben schon zigbee zwei fall kompatibel lora ist klar hat mir eben schon im helienbereich ja von daher ist es eigentlich relativ breitbeinig aufgestellt das ganze ja dann gibt es das star power light paper also ich möchte mit euch jetzt nicht jeden einzelnen punkt durchgehen weil das ist schon eine ganz schöne menge oder beziehungsweise es ist ein bisschen was was mir lesen kann hier wird quasi noch mal erklärt was ist da power mit diesen virtual power plants das hatte ich ja eben schon mal kurz angerissen das ist quasi die die das prinzip hinter diesem netzwerk genau hier wird noch mal die mission erklärt warum macht man letztendlich das ganze was ist die mission des projektes hier wird auch noch mal erklärt was ist denn aktuell das problem und wie möchte halt eben star power helfen ja könnt ihr auch noch mal nachlesen hier gibt es auch noch mal diese wird power plants hier wird das auch noch mal erklärt ihr seht zum beispiel hier die stromverbrauch zum beispiel man wird mehr wann wird weniger verbraucht etc ja darum geht es auch letztendlich und solche daten die das system quasi erhebt können zum beispiel an den stromversorger übermittelt werden um hier dementsprechend eventuell andere kapazität zur verfügung zu stellen das macht sich dann natürlich auch auf dem strompreis nieder und so weiter und so fort naja also von daher recht interessante geschichte wie ich das schon gesagt habe geht alles in richtung nachhaltigkeit ja wie kann man mitmachen ich hatte es eben schon mal angerissen das heißt ihr bräuchten entweder so ein gerätchen hier so ein smart plug oder halt eben mit der app und da seid ihr schon im grundprinzip dabei ich habe hier leider noch nicht gelesen wie viel man bekommt am tag beziehungsweise wie viel das wert ist weil wie gesagt aktuell ist das system auch noch quasi in der entwicklungsphase aber halt eben wie gesagt wir können ja mal gucken dass da power plug muss man gucken den gibt es aktuell hier noch nicht das bedeutet man kann den noch nicht kaufen beziehungsweise schauen wir mal unser produkt wird im märz verfügbar sein vielen dank für ihre begeisterung also gibt es aktuell noch nicht und kostet 99 dollar das teil das heißt ich habe aber im white paper beziehungsweise light paper gelesen als hier drin es wird andere plug in geräte geben die das unterstützen die auch genutzt werden können also sind wir wieder so im bereich open source was das angeht wer kann alles mitmachen hier sind die meisten von uns angesprochen also quasi mit einem eigenen zu hause das heißt individuell ist also so wie ich und du hier einfach nur leute die ihre elektrischen geräte damit verbinden zu hause oder halt eben wenn ihr selbstständig seid im euren gebäude was sie für eure selbstständigkeit nutzt wenn eure firma sozusagen das ist quasi für den privat bereich und dann gibt es halt eben noch den bereich für institutionen also größere firmen und so weiter und so fort hotel groups chain malls steht alles drin industrie parks universitäten also diesen bereich gibt es natürlich auch wäre natürlich auch mal interessant zu wissen was halt eben so eine universität so am strafe am tag so ein strom verbrauch und so weiter und so fort es gibt ja noch den flywheel effekt das heißt die wird quasi alles erklärt was dieser effekt ist ja und wichtig für uns wahrscheinlich somit am wichtigsten ihr seht hier auch noch mal die star tokenomics sozusagen ihr seht das hier wie das ganze aufgeteilt ist sozusagen gibt es sogar ein airdrop was ein star token angeht und wie es ja schon gesagt hat relativ interessante geschichte das ganze ja ich habe noch mal bei twitter so ein bisschen geguckt und ich habe mal so einen faq gefunden was halt eben für uns alle relativ verständlich ist ja fragen und antworten das da power was ist da durch die integration einer vielzahl verteilten energie ressourcen die erst der hat darunter haushaltsgeräte kommerzielle energie systeme und erneuerbare energiequellen nutzt da bau der energie wie der iot blogger künstlich gänz und effizienz und stabilität von zu verbessern von wirte in kraftwerken hat man eben schon mal das rolle star power fungiert als integrierte netzwerk koordinator und vermittlung von informationen das hatte ich ja eben schon gesagt das bedeutet dass halt eben starb information sammelt und halt eben auch lokaler oder beziehungsweise stromanbieter halt eben da sich einkaufen könnte sage ich jetzt mal ob das so ist weiß natürlich keiner ja die funktion sammelt und aggregiert daten von global der ist also das ist quasi diese einheit sozusagen ja vorteil stellt aggregierte daten von lokalen bwb anbietern bereit um strom handeln strommanagement innerhalb lokalen netzwerk zu verbessern hatte ich ja eben schon gesagt das halt eben so ist das genau mit diesen daten gearbeitet werden kann auswirkungen optimiert die zuweisung von strom ressourcen verquessert die energieeffizienz und unterstützt die integration erneuerbaren energien wodurch der wert strommarkt maximiert wird ja also ich hatte schon mal gesagt geht halt eben darum um energie zu sparen ja von daher guckt euch auch mal ein star power auf twitter sehr interessant wir haben auch mal hinterher folgen hat auch schon 21.000 follower aktuell könnte wahrscheinlich was werden wir bleiben auf jeden fall was das projekt star power angeht mit am start werden mal gucken ob wir irgendwie schaffen wir mit einer app oder ob man guckt um irgendein gerät hier im haus haben das mit der app kompatibel ist ansonsten bestellen wir uns mal so ein teil und schauen wir mal ob wir mit dabei beitragen können energie zu sparen und was letztendlich am start open bei rom kommt wir wissen es halt eben nicht aber wir werden es auf jeden fall mal sehen ja das soll es von mir gewesen sein ich bedanke mich auf jeden fall bei euch das du schauen ich wünsche euch noch was bis zu tage bis später und Untertitelung des ZDF für funk, 2017